Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Assassin's Creed 4. So, wir sind jetzt hier auf dem DL und ich hatte keine Ahnung mehr, was wir machen wollten. Aber ich glaube, wir wollten ein paar Kisten sammeln oder so. Wir wollten mit da rein. Ich gehe einfach mal erstmal auf den Aussichtspunkt. Dann können wir mal weiter. Ich habe jetzt bis jetzt nur die Astro-Folge hochgeladen. Deswegen weiß ich jetzt noch nicht, ob er das jetzt wollte und nicht, dass ich jetzt die Stadt hier immer erkunden soll. Und deswegen, ja, ich könnte das immer noch entscheiden. Und eigentlich freue ich auch gar keinen Folge von Let's Play Assassin's Creed, aber ich hatte gerade halt irgendwie Bock drauf. Und deswegen spielen wir das jetzt. Oh, oh, oh. Komm raus, komm raus. Komm um die Ecke. Oh, 5000. Man kann diese doch nochmal, alter. Man kann die Herausforderung doch nochmal abschließen. Ist ja cool. Das ist in jedem Fall richtig geil. So. Die Pistole hat mir glaube ich noch nicht. Ah, falsch. So rum. So. Oh. So, hat keiner gemerkt. Ah, das ist natürlich doch hier. Ah, da. Hier ist es ja direkt. Ein Manuscript. Jetzt schauen wir hier mal schön weiter. Kann ich da irgendwie hoch. Ich denke nicht. Mano. Ich wäre aber da gut. Und ich glaube, ich habe es jetzt auch geschafft, dass ich, äh, früher musste ich aber meine Videodatei nochmal konvertieren. Und ich weiß jetzt auch, woran das lag. Und zwar, das lag daran, dass ich immer 7 Reis aufgenommen habe. Also 8 Kanäle. Und ja, jetzt nehme ich nur Stereo auf. Das kann Quintessier dann öffnen, verarbeiten, was auch immer. Das passt dann ein bisschen besser. Eigentlich schon, dass es gerade so ein bisschen lecket zwischendurch. Sonst sollten wir uns schnell bewegen. Los. Hier auf das Mäuerchen. Grettet er da? Jetzt drehen wir uns. Nehmen wir uns da oben erst synchronisieren. So, hier können wir schön gemütlich synchronisieren. Oi, schön hier. So, dann schaffen wir mal wieder runter. So. Ah, die Kiste holen wir uns nicht, das ist in diesem westlichen Sperrgebiet. Da will ich nicht sein. Aber ich denke mal, wir holen uns mal in dieser Folge so ein paar Kisten. Sammeln so ein bisschen Money ein. Wenn es nicht lecken würde. Warum lecken wir es? Man weiß es nicht. So, auf jeden Fall, schreibt bitte unbedingt in die Kommentare. Oh, das kann nochmal eine Herausforderung werden. Ähm. Ja, ob ich das jetzt hier, äh, diese ganze Stadt immer alleine erkunden soll, dann. Oder ob ich das im Display machen soll, offline, also Display, offline oder gar nicht. Das müsst ihr mir dann nochmal in die Kommentare schreiben. Oder ob ich jetzt auch, ähm, okay, ich will mal nicht spoilern, aber... Ja, egal, sag nichts jetzt. Ich sage nichts. Ich sage nichts. Ah, die Kisten muss hier oben sein. So. Diese Folgen gehen wir halt mal ein bisschen Stadt erkunden, denn... Hallo. Das hat er wahrscheinlich gesehen. Oder hat er noch... Da musst du mal sehen, ob das den gerade getötet hat. Oh, dann lass mich dort stehen lassen. Ach, lass mich doch schnell halten. Hast du das? Ach, sag mal. Ich habe mich schon wieder gesehen. Ach. Ach. Ach, sag mal. Sammeln wir einfach ein bisschen Geld da ein, weil es brauchen wir so oder so. Weil es jetzt offline oder online machen ist dann eigentlich. Egal. Ich stelle jetzt mal einen Skatt holen. Ah, scheiße. Das hat doch nicht so gut funktioniert. Ja, ich kämpfe bei Doppel-Extrem nicht. So. Der schläft auf. Alles nur für so ein kleines Stück Papier hier. Ah, da ist es doch. So. Einfach mal schnell die Kiste. So. Keine noch was gemerkt und schon sind wir wieder weg. Ganz locker. Künd in der Gebärmutter. So. Dann holen wir uns da noch eine Kiste. Ich würde sagen, wir plündern ja einfach so die ganze Stadt nach und nach. Da müssen wir hier nochmal vorne hochklettern. So. Aber da wir ja gerne klettern, ist das kein Problem. So. 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 Dann holen wir uns da oben mal schnell noch so ein kleines Fragment. Ein Fragment. Und. So. 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 Natürlich ganz so, wo auf der Spitze liegt das. Das würde jetzt aber natürlich möglich werden. Oh, ein Fragment. Nein, nein, nein. Das war ein bisschen behindert. Egal. Wir verlieren ja kein Geld oder irgendwas für desynchronisierende. Das ist nicht so schlimm. Sehr schön. Den nächsten Auftrag. Äh, Auftrag. Gießt, meine ich. So, holen wir uns schnell. Ich bin schon wieder weg. Ah, jetzt ist der böse Aufmerksamkeit. So. Piraten retten. Wo sind hier Piraten zum retten? Die Geister sind rein, ohne entdeckten zu werden. Ach so, da drin sind Piraten. Warte, die wollen wir uns. Auf in den Busch. Auf in den Busch. Der richtige Weg. Der ist zurück. Der ist zurück. Der ist zurück. Corby So, den haben wir auch Ganz locker Ah, der hat nicht so gut, wo ich bin Gefangene, befreit So Hä Wir sind schon mal so blind So, jetzt muss ich hier ganz schnell verschwinden Ich war da nie So Oh, hier ist die Kiste Die Kiste nehmen wir natürlich auch gerne mit Ah, die sind wahrscheinlich auf dem Dach Die nehmen wir dann auf dem Stützdach Dann auf dem Stützdach Boah, die Kiste Dann springen wir wieder runter Ah, da ist die Kiste So, die Kiste haben wir Und dann hätten wir mal noch schnell Nächsten Aussichtspunkt Also diese Folge ist hier noch ein bisschen rumrennen Und nicht sorry weiterkommen Ich hoffe, das findet ihr jetzt nicht allzu schlecht Weil mir gefällt das eigentlich ganz gut Wenn man auch mal so ab und zu mal So ein paar Folgen macht Oh, ja Der Multiplayer ist immer jetzt wieder derselbe wie in dieses Liste zu beteiligen Das finde ich Das sind doch Oh, insgesamt 500 Meter Klettern Auch geschafft Wir machen heute richtig viele Herausforderungen Wir sind vor die Bahn Oh, da werde ich So, wir synchronisieren Ich weiß auch gar nicht mehr, wie man Screenshots macht Ich glaube mit F12 oder F11 aber das funktioniert gerade nicht Nein, 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 nein Ah, schon wieder gestorben Scheiße, ich war dieses Fragmenter Hallo Da ist schon wieder ein Mannoschkript Mannoschkript Ach, ich denke mal, wir gehen hier einfach ein bisschen mit Raubbocken durch Was ist dein Problem? Adios So, Kiste klauen wir schnell Geht nicht Ich glaube, warum kämpfen die da jetzt Ich muss dann mal eigentlich egal sein, weil ich spiele eigentlich mit dem Liste da Aber okay, komm Ich habe Scheidung Oh, da sind Frauen Ich habe alle einfach so So mit Okay, jetzt berühren wir uns schnell Und gehen wieder weg So, was haben wir hier noch? Das ist natürlich noch ein Aussichtspunkt Achso, wir sind ja schon wieder fast an unserem Anfangsteil Oh, da sind wir vielleicht einfach an dem Gerüst So, da Hier kommen wir fehlten Ich kann es nicht mehr aufhören. Ich sehe ja eine Kiste. Na komm. So. Hier müssen wir irgendwo ein Fragment runter. Sehen wir das hier? Ah, da ist die... Oh, hier ist die Kiste. Wir schleichen ja eigentlich gerade in der Villa von Kuberneu hoch. Das ist eigentlich keine gute Idee, glaube ich. Oh, hier ist die Kiste. Wir schleichten ja eigentlich gerade in der Villa von Kuberneu hoch. Oh, hier ist die Kiste! Okay, ja, jetzt denkst du uns halt entdeckt, aber... Ich denke mal, das kann uns doch gar nichts anhaben. Ah, schießt mich doch gar nicht. Ja. Die Zerrate ist weg. Halt! Hier ist er! Okay. So. Noch ein Fragment eingesammelt. Ich glaube, die Folge ist schon wieder fast zu lang. Aber... Ich weiß nicht. So kommen wir vielleicht ja noch schnell zum Aussichtspunkt. Oh, ich glaube nicht. Ich will... Oh, ich glaube nicht. Ich will... Hey, dann stecken Sie! Ich wollte gerade gehen und da hat er mich einfach aufgehalten. So. Ich blätter mich ja noch schnell auf die Kirche oben drauf. Ist ja kein Ding für uns. So. ach komm doch rein so schrampfen wir da hoch klettern, klettern, klettern hoch hier in die mitte so und synchronisieren wir haben fast schon die ganze Stadt synchronisiert glaube ich ich hab nicht so viel geld, das ist doof das werde ich mir jetzt schon irgendwas geiles kaufen machen ich glaub mit 7000 kann man sich nicht so viel leisten ich könnte mir wünschen nicht von der spille unterscheiden du hast mir den hals gerettet, captain, ich danke dir von herzen bieteschön dann holen wir jetzt einfach noch eine kiste jetzt haben wir ja schon die halbstadt eigentlich erkunden relativ schnell fällt mir grad so auf aber vielleicht gibt es später auch größere städte wo es halt nicht so schnell geht also ihr müsst mir immer noch wenn ihr es noch nicht gemacht habt in die Kommentare schreiben ob ich die Stadt hier erkunden soll oder halt nicht aber ich denk mal in der Stadt hier lauert richtig viel Geld deswegen ist ne Erkundung da schon schlecht auf jeden Fall erkunde ich jetzt das hier noch das ist Pflicht Leute jetzt sind wir nicht da also sehr viel im anderen Fach ja der konnte jetzt eigentlich nichts machen ja schießen aber jetzt hat das verkehrt so jetzt müssen wir hier aufs kreuz gehen oder? ich glaube wir haben auch grad das höchste Gebäude in Havanna nicht? oh ja so dann müssen wir hier hingehen ja das sieht schon richtig geil aus hier muss man ja schon sagen das ist schon toll so ähm ich jump einfach runter so ein was müssen wir noch synchronisieren dann halten wir die ganze Stütz hier hat nichts zu verraten zurück was ist? wir machen das stylisch wir rennen hier so lange so und weg da hat er gemerkt dann hat er gemerkt okay vielleicht kommt doch jemand So, ich beschwer aber nur die Kiste. Da bin ich gar nicht. So. Der ist aufweg. Jetzt können wir die Kiste schnell erbeuten. Und ich denke mal, das war es auch erst für die Folge, weil die ist schon relativ lang. Und ja, ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt. So, bis zur nächsten Folge, tschüss.